Von Rivanazzo Therme durch die Weinfelder. Rechtsabzweigung bei der Kirche in Rivanazzo Therme. Gerade weiter bei der Gavelung mit dem Parktor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Linksabzweigung Weiterfahrt rechts entlang des Waldraumes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Links zur Zufahrt zum Singeln nach Pozzo-Groppo Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rechts in den Singeln nach Pozzo-Groppo Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 OzDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das letzte Stück fahren wir auf der Straße nach Pozzolkropo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mittig im Abfahrtssingel. Ah. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Markante Linksabzweigen auf der Hälfte der Abfahrt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. An der Allee gibt es mehrere Cafés. Nach dem roten Haus mit den Zebrastreifen muss man rechts abbiegen. An der Allee gibt es mehrere Cafés. An der Allee gibt es mehrere Cafés. An der Allee gibt es mehrere Cafés. An der Allee gibt es mehrere Cafés.